Die Wollnys, herber Schlag für Dieter Wollny, stich ins Herz von seinen Kindern. Am 22. Februar brachte Lavinia Wollny, 22, ihre Tukraheli zur Welt. Eine Nachricht, die bei den übrigen Wollnys für große Freude sorgte. Doch wie steht es um den leiblichen Vater Dieter Wollny? Wird er seine Enkelin je kennenlernen? Silvia Wollny, ihre Familie steht an erster Stelle. Für Silvia Wollny stehen ihre Kinder stets an erster Stelle. Die 57-Jährige macht immer wieder deutlich, dass sie für Silvana, Sarah Finner, Lavinia und Co. durchs Feuer gehen würde, komme, was wolle. Erst kürzlich mischte sich die Großfamilien-Mama beispielsweise bei Instagram in eine Diskussion rund um Tochter Kalanta Wollny und deren Tochter Katalea ein, denn die 21-Jährige muss sich seit einigen Wochen immer wieder Kritik gefallen lassen. Zu den meisten ihrer Kinder, Jeremy Pascal Wollny ausgenommen, hat Silvia Wollny also ein sehr gutes Verhältnis und auch ihr Verlobter Harald Elsenbast ist für die Wollnys längst zu einem Ersatzpapa geworden, denn, seit dem Trennung-Drama von Silvia und Ex-Mann Dieter Wollny, haben Sarah Finner, Estefania und Loredana keinen Kontakt mehr zu ihrem leiblichen Vater. Dieter Wollny, wird er seine Enkel niemals kennenlernen? Letzten November stellte Sarah Finner Wollny während einer Fragerunde klar, dass sie auch in Zukunft keinen Kontakt mehr zu Papa Dieter Wollny haben möchte, was wiederum bedeutet, dass der seine Enkel Emery und Casey bislang wohl nicht kennenlernen durfte. Ob ihm mit Lavinia Wollnys Nachwuchs das gleiche blüht? Ende Februar brachte die 22-Jährige ihre Tochter Heli Emilia zur Welt. Für sie und ihren Freund Tim ist es der erste gemeinsame Nachwuchs und auch die übrigen Wollnys freuen sich riesig über den Familienzuwachs. Wie Dieter Wollny zu seinem neuen Enkel steht und ob er seiner Tochter zur Geburt gratuliert hat? Unklar. Doch auch Lavinia Wollny stellte vor einiger Zeit klar, dass das Thema für sie längst durch sei. Wie es dem Ex-Mann von Silvia Wollny damit ergeht, dass er seine Enkel möglicherweise nie kennenlernen wird, weiß wohl nur er selbst. Die Wollny-Töchter wollen keinen Kontakt zu ihrem Vater. Die bekannten Wollny-Töchter Silvana, Sarah Jane, Sarah Fina, Estefania, Loredana, Lavinia und Kalanta wollen bis heute nichts mit ihrem leiblichen Vater zu tun haben. Zu groß ist ihr Schmerz darüber, dass er ihre Mutter hintergangen hat. Kurz nach der Trennung ihrer Eltern erklärte die damals 19-jährige Silvana. Jetzt sagt er, dass wir ihn wichtig sind, aber als er uns wochenlang wegen seiner neuen alleine gelassen hat, waren wir ihm auch egal. Er hat immer nur an sich gedacht, seine neue sollte sich in Grund und Boden schämen, denn sie hat hier den Kindern den Vater genommen. Bis heute herrscht zwischen Dieter Wollny und seinen Kindern Eiszeit und daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Ende 2021 betonte Sarah Fina auf die Frage, ob sie Kontakt zu ihrem leiblichen Vater hat, nein. Und auch Lavinia machte kurz darauf deutlich, dass sie ihren Papa nicht vermisst. Bei einer Instagram-Fragerunde reagierte sie auf die Frage, ob sie mittlerweile wieder Kontakt zu ihrem Vater Dieter und ihrem Bruder Jeremy Pascal hat, mit den deutlichen Worten, nein, nein und nochmal nein. Silvana, Sarah Fina, Loredana und Co. haben in Harald Elsenbast einen neuen Vater gefunden. Seit 2014 ist er der Mann an der Seite von Familienoberhaupt Silvia Wollny, die beiden sind verlobt. Das Verhältnis zwischen Harald Elsenbast und den Wollny-Sprösslingen ist er nicht. 2021 meinte Loredana sogar, als sie Haralds zum Vatertag gratulierte, ich wünschte, Harald wäre mein Papier geworden.